Okay, ich mach den Einlass. Ein Einlass? Ich mach den Einlass. Ich mach den Auslaufen. Ich mach den Auslaufen. Unterschiede. Irgendwie hat das einfach nicht so etwas gemacht, aber es bleibt schon mal ein bisschen viel Spaß. Mein Maidhau für TV ist auch nicht so weit. Und damit darf ich erstmal Luft hören, wenn du auf Schieperl rufst. Schieperl.